Einen runden Geburtstag feiert in diesem Jahr Cartoon Forum, der Finanzierungsmarkt für europäische Fernsehanimationsprojekte und Co-Produktionen. Auf der 30. Jubiläumsausgabe, wieder im französischen Toulouse, werden noch bis Donnerstag gut 80 Produktionen aus über 20 Ländern in unterschiedlichen Entstehungsphasen vorgestellt. Das Treffen versammelt jedes Jahr knapp 1000 Branchenvertreter, Produzenten, Verleiher und Sender sowie Streamingportale und Videoplattformen. Seit seiner Gründung hat Cartoon Forum bei der Förderung von über 750 Animationsserien mitgeholfen, mit einem Gesamtbetrag von 2,7 Milliarden Euro. Alles Gute zum 30.